und damit herzlich willkommen liebe clasher bei mir im torsten akatoto beim clan 2 warriors wie es bereits angedroht hatte in meiner clash royale folge werden heute richtig schöne rh9 angriffe vor allen dingen sehen ich muss das wahrscheinlich in zwei teile teilen diesen ck hier weil er doch ziemlich groß ist wir richtig viel zu sehen haben und ihr seht selber sind noch drei stunden fünf minuten aber ich denke mal die 19 sterne wird der gegner nicht mehr schaffen wir haben also gestern ganz ganz krass schon vorgelegt und schauen uns hier ein paar schöne drei sterne an kann man nicht anders sagen also wir habe ich glaube gestern abend haben wir bis auf 51 0 den gegner schon mal angespielt und da war wirklich ein paar schöne dinge bei ich selber nicht ausgenommen ich habe hier mit einigen charts angegriffen und habe auch wirklich sehr sehr lange überlegt ich habe ganz ganz spät angegriffen weil ich über die basis heute diesmal nicht heute sondern diesmal sehr sehr lange nachgedacht habe wie ich mich am günstigsten einbringen kann hier zumindest im rh9 bereich und auch im rh10 bereich aber das werdet ihr gleich sehen warum die folge eigentlich heißt beste freunde das hätte ich dann in einem in einem kampf hier sehen ich fand das so gut das passt so richtig gut zum event und das golems und magier hier wirklich gute freunde sind das sieht man ja immer wieder in den kämpfen wie die golems den magier den rücken freihalten und sich dafür opfern dass der magier hier pfanne schlägt also das ist schon immer eine richtig schöne sache und aber es gibt hier einen kampf dabei da ist mir jetzt ganz ganz besonders aufgefallen und den enthalte ich euch aber auch nicht vor denen werden wir dann etwas später sehen aber hier sehen wir jetzt mal schöne drei sterne mit einem gola balloon vom krümel monster auf die nummer 28 nummer 29 30 waren nicht so starke basis die angriffe zu zeigen muss ich sagen schenke ich mir das war rh9 auf rh7 und r8 aber hier waren da schon mal schöne drei sterne vom krümel monster und weil es so schön ist gehen wir hier ist nicht rein ich wollte rh9 haut zeigen das tut mir leid leute das tut mir leid so waren wir stehen hier beim alex der alex ist ein account den ich bespiele ist einer meiner söhne also mein sohn account die allerdings ihre dörfer hier verraten lassen und da ich das nicht zulasse bespiele ich die ab und zu mal die leveln also wirklich ganz ganz langsam vor allem die helden aber ich habe es hier die base hatte einen stern glaube ich oder zwei stern ich weiß es gar nicht genau und habe gedacht hier holt sie erstmal den dritten raus und für mich ja unüblich im rh9 bereich dass ich mal mit einem queen walk reinkommen das war ja sehr sehr selten aber hier fand ich hat es gepasst und weil es auch so schön ist verbocke ich hier auch gleich also erstmal noch die queen laufen lassen und dann war natürlich mein ziel man sieht seinen truppen hier unten in der leiste hier in der la zu schaffen und vielleicht noch eine zweite la zu schaffen nämlich dort jetzt kommt mein sprung hier rein bzw mein sprung nicht schon ein bisschen und bowler und king sollten eigentlich nur die zweite la schaffen was ich jetzt ein bisschen verpennt habe ihr seht das und in der leiste ist noch ein golem drin ja den sollte man ja eigentlich dann vor schicken aber so ein bisschen rettet er mir dann am ende den hintern denn der kommt ja jetzt erst ins spiel und die der eine bowler hier unten am bombturm stirbt nämlich jetzt und der golem zieht jetzt das ganze feuer auf sich das heißt also von den x bogen unten der sowieso natürlich auf boden stand aber meine queen konnte noch ein bisschen was machen wenn auch nicht mehr super viel gekriegt jetzt starken geschuss von der seite und ich glaube es sind auch nicht mehr alle heiler da aber ich bin dann gut mit meinen hunden reingekommen und und mit den lohn hier unten sind noch bowler und golem die dort noch den ein magiertum tanken und hier oben muss ich ein bisschen gegen den feger kämpfen ja ich habe es dann später gesehen die lohn die ich oben gesetzt habe hätte auch ein bisschen geschickter setzen können dann hätte ich nämlich keine last mit dem feger gehabt aber jetzt habe ich dann nur noch ein x bogen und nur noch eine punkt punkt war für die auf luft geht nämlich den den tesla und bei soviel uns da der tesla auch keine chance mehr da kann auch noch ein bisschen schaden machen und vielleicht den ein oder anderen nun noch schaffen aber ich fand das waren hier schöne drei sterne mit einer kombi die ich eigentlich nicht so unbedingt nutze aber ich hatte ja gesagt ich habe lange über diese bases nachgedacht wie kann ich die knacken und das war mein weg also mit einem cleanwalk und einem anschließenden lalon schafft man dann auch eine rh9 base also 22 auf 25 absolut in ordnung und das ist allerdings das ist leider r10 mit dem donnerbengel habe ich auch angegriffen hier habe ich mich auch zu einem gola lohn hinreißen lassen hier war auch schon etwas drauf strategie war hier eigentlich ja natürlich diese beiden las hier zu schaffen und den feger und die queen das ist mir auch gerade so gelungen weil die golems liefen eigentlich nicht so wie ich das wollte denn diese doofen lager hier habe ich alle ein bisschen gestört denn in der zeit wo die natürlich weg gemacht werden bekommen meine golems natürlich richtig feuer und deswegen habe ich so ein kleines bisschen clean up gemacht am anfang damit ich vor allen dingen auch nicht die ecken vergesse und die böse bauhütte hier unten komme dann jetzt mit den golems rein lasst ihr erstmal ganz gemütlich laufen so viel ja so viel vorher kriegen sie noch nicht der wohl natürlich da oben kriegt richtig feuer von der queen und hat jetzt auch noch drachen auf sich die beiden und und dem baby drachen auf sich die beiden musste ich jetzt erst mal ein bisschen giften und der hat jetzt nicht wirklich gehalten komme am magier turm mit meinen mauerbrechen habe auch gedacht aber hoffentlich dreht er sich nicht weil dann wäre ich hier noch in die base gekommen weil ich habe immer noch einen sprung dabei darauf da verzichte ich nicht drauf also nach wie vor bin ich ja der der erdbeben hasser hier wenn es um hunden angriffe geht mir die base frei zu machen und komme jetzt aber schön schon meinen hunden ich setze erst die loons und danach die hunde beide hunde gleichzeitig erstmal auf eine la dass die schön durchgetankt werden und dass dann auch beide hunde schön durch die base fliegen das ganze feuer schön auf sich nehmen jetzt heilig meine muss einfach mal durch das habe ich mir mal gedacht weil ich in dem ersten part also je nachdem wie ich angreife verbrauche ich dann im ersten part unter umständen nicht immer mein heil zauber für die bodentruppen sondern habt ihr jetzt in den letzten kämpfen die ich gemacht habe habe ich einfach mal mal die uns geheilt weil hier im rh9 bereich finde ich kann es das ganz gut machen und jetzt habe ich zwar noch zweimal dahinten gehen oder die beiden magertürme also den flächenschaden aber spätestens der hund tank den dann weg und dann war das hier nur noch clean up in der base fand ich auch auch wenn es eigensinnig klingt ich fand es gut gelöst von mir auf die base hier die restlichen sterne zu holen und wir haben gestern abend nicht unverdient hier sehr sehr stark vorne gelegen muss man sagen der gegner hat nur einen angriff gemacht hat dann jetzt erst im laufe des tages seine angriffe getätigt aber wir waren wirklich gut bis nach weit nach oben hin und so war das hier auch vom donner ein schöner drei stern auf die starke rh9 bs hier und jetzt kommen eigentlich zu dem was ich so ganz niedlich fand nämlich zu dem kampf von avatar hier habe ich mich entschieden ein ganz klassischen überhaupt zu machen das heißt also golems und richtig viele hocks im gepäck in der planburg habe ich glaube und wir müssen nachher hier hier mal gucken an diese stelle hier ich glaube hier in dieser stelle hat sich hier was ganz spezielles abgespielt aber ich lasse den angriff jetzt erstmal laufen komme hier ziemlich breit mit meinen golems so breit wollte ich die eigentlich gar nicht setzen aber wir sind denn doch richtig gerannt wie ich eigentlich wollte kommen mit dem rohrbrecher schön rein setzt jetzt schon die bola damit ich gleich die ersten def gebäude recht schnell weg habe und es gehen zwar nicht beide helden rein ich glaube die queen geht außenrum aber ja das was ich natürlich nicht gewusst habe dass hier ein hund aus der klanburg kam dann hätte ich meinen angriff vielleicht noch ganz ganz anders verplant aber jetzt kommt gleich die jetzt jetzt kommen also ich komme hier unten jetzt schon mit den hocks und ich fahr mal ein bisschen größer rein der golem hier hängt jetzt gleich hier an der mauer und der magier hier ist eigentlich auf dem weg diese lager hier zu machen ja jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin und was macht der magier der magier fängt an das lager zu machen geht jetzt zu dem golem und macht die skellys weg die den golem so stören macht jetzt noch das lager also der stirbt sogar nicht nebenbei könnte übrigens die hocks noch am hüppeln sehen und setzt danach erst seinen weg vor ich meine hätte jetzt auch aufs rathaus gehen können aber er läuft zurück und setzt seinen weg fort also das fand ich richtig richtig echte freundschaft ja und ich halte mein golem den rücken hier frei fand ich richtig gut und gut dass er da unten weiter umgegangen ist und macht den clean up denn die hocks hier im oberen bereich haben alles andere gemacht die queen hat sich denn doch noch des lavahunds angenommen und die paar puppies die stören jetzt nicht wirklich die queen ist da gleich durch und macht die letzten beiden papis weg meine hocks sind schon im clean up am ende habe ich ein baby drachen gewählt der hier so ein bisschen noch den magierturm abgelenkt hat sonst hätten da nicht alle hocks überlebt und so fand ich das hier ein wirklich schönen drei sterner mit echter freundschaft hier zwischen magier und golem ja also das hat mich ich habe das auch erst beim zweiten mal gucken realisiert was da unten genau in dieser ecke war und habe gedacht mensch das war richtig krass also echt netter magier jetzt steht der hund steht immer noch nicht okay der all der und schuldigung der baby drachen ja und so war das hier fand ich auch mal wieder ein schöner drei sterne vom afa zwei plätze tiefer das war jetzt gar nicht mal so tief und schöner drei hier im rh9 bereich wir schauen uns hier den lupe einmal an lupe ja ist ein 10er ok ihr habt mich überredet lupe ist ein 10er lupe ist ein 10er ok den hätte ich euch jetzt auch zeigen können wie für ach da müsste ich mich jetzt so hinreißen lassen dass ich diese angriffe hier zeige aber ich zeige sie einfach ich zeige sie einfach wir machen mal ein replay hier wie der flash loop das geregelt hat lupe ist ja neuneinhalb heißt es so neuneinhalb jahr neuneinhalb und hat natürlich die bowler hat sich schon auf zwei gelevelt kommt die schön in die base rein und giftet hier jetzt die clan burgtruppen beziehungsweise war das gerade ein fries ich glaube das war ein fries hat hier kurz eingefriest aber queen und bowler gehen hier schönmütig durch also auch das hier ist immer wieder eine taktik für rh10 auf ein rh9 auf eine rh9 base die ziemlich stark ausgebaut war fand ich alle bestes waren eigentlich vom gegner gut fand ich diesmal also da war jetzt keine bei wo ich sagen könnte kommen den hau ich mal eben weg sondern die waren durch die bank waren das schöne anti drei sterne bases jeder anti drei sterne base ist knackbar an der stelle und von daher kann ich sicherlich nicht immer so von anti drei sprechen man meint man meint das immer ja so eine base wenn man sie als erstes sieht denkt man ja gerade hier im rh9 bereich max out mauern und auch wenn man sich die da mal ein bisschen bisschen näher ein bisschen länger betrachtet und mal schaut wie könnten meine truppen hier gehen wie kann ich hier super fangen dass ich hier sowie der hater hier richtig krassen die base kommen erhält das war auch ein rh10 9 halber aber und hat hier ein zauber natürlich mehr gegenüber einem normalen neuner aber sprung hier optimal gesetzt für die golem und für den ein riesen der da glaube ich noch dabei ist und schickt jetzt schon seine entschuldigung schickt jetzt schon seine hunde los mit den lohn ständer ich habe das jetzt in einigen kämpfen beobachtet dass viele einfach warten bis die bodentruppen tot sind und kommen dann erst mit dem gola lohn dann hat man am ende unter umständen aber ein zeitproblem dass man die base nicht ganz schafft und hier ist jetzt der king nämlich noch schön in der mitte noch nicht angeschlagen und die queen ist noch am abräumen obwohl sie jetzt glaube sterben wird das wird der lavapapy da zwar nicht schaffen aber ist auch immer witzig dass das finde ich auch immer witzig ja lavahund tankt kanone ok kann man machen aber ist irgendwie völlig über schöner drei stern hier auch mit gola lohn nach wie vor einer der besten angriffstaktiken hier auch bei uns und so waren das hier auch vom hater schöne drei sterne ok so last but not least der torsen der torsen hat auch angegriffen da ich natürlich so ein kleiner feigling bin habe ich mir gedacht ich mache im ersten wurf hier ein rh9 und wir gucken uns einfach mal ein wie ich den gelöst habe oder was ich mir gedacht habe auch dass eine starke base und ich habe mir gedacht dass ich hier diese drei lager für das war zwar ein starkes unternehmen aber sie sind sehr zentral hier habe ich jetzt eine eine etwas größere fläche irgendwo mit meinen kill squad zu überwinden und habe auch nur einen einzigen hund mit nämlich den in der klaren burg habt mir da lieber max out reinpacken lassen und wir gucken einfach mal wie ich die base hier letztendlich gemacht habe eigentlich tatsächlich so wie es geplant habe dahinten fange ich an zu fahren mit dem kleinen lakain komme dann schon mit riesen und golems und mit meinen mauerbrecher ich muss mir mal angewöhnen dass ich nicht mehr so viele mauerbrecher mitnehmen ich habe jetzt fünf stück mitgenommen gehabt es kann immer sein dass einer freckte war ich habe jetzt hier wieder alle fünf geschickt und drei oder zwei hätten glaube ich sogar gereicht da muss ich mal genau nachgucken wie viel mauerbrecher ich für so eine 10er mauer hier eigentlich brauche und setze jetzt mein sprung relativ in die mitte meine walken laufen alle in die mitte rein und die queen mit mit king noch richtig krass am tanken jetzt habe ich allerdings erst eine lage schafft bekomme jetzt aber gleich die zweite lage ja da habe ich die zweite lage kommen und habe dann aber gesehen dass die walken so ein bisschen nach links abdriften also habe ich jetzt schon mal meinen hund gesetzt und ein paar loons dahinter und der hund tankt jetzt auch die die eine lage jetzt habe ich ein bisschen eil genommen bzw einmal gut und dann da hinten dann jeweils ein eilzauber im linken bereich king und queen regeln die helden machen da hinten die komplette ecke habe jetzt aber noch zwei baby drachen auch noch im gepäck und ein magier für ein clean up und auch hier habe ich mich dazu entschieden ihr seht lohnt sein lohnt sich denn gerade auf den letzten metern kann es immer mal wieder vorkommen so wie hier jetzt auch dass die komplett drauf gehen gehen sie jetzt nicht ganz weil ich bin ja ein fuchs ich habe noch ein alzauer ja und da ist halt der alzauer zack ran an den magierturm und dann war es das hier auch für die base ich will ich nicht sagen das war ein overkill aber es war von mir ein schön geplanter angriff er hat zehn auf ein starkes rh9 also 14 auf 17 das sind nur drei runter so tief bin ich im moment noch mit meiner rh10 base also ich bin noch dicht an den neunern dran und ich fand war ein gelungenes stück arbeit hier und so habe ich hier mit meinen schaß mit allen meinen schaß den ich heute angegriffen habe drei sterne geholt im rh8 habe ich das auch gemacht mit dem schief in einem anderen clan aber wie gesagt ich denke hier brennt nichts mehr an und wir haben sicherlich auch diesen kampf gewonnen hier das ist jetzt eine gute frage was kommt uns an auch der alex richtige lack dann gucken wir uns mal an was der ollie macht weil ich muss bei uns ein bisschen üben wenn er das video mal sieht dann weiß er sicherlich wovon wir sprechen aber irgendwo ist es manchmal auch ein zeitproblem und mal schauen wie sich der ollie live auf die base geschlägt gefällt jetzt natürlich ein bisschen aus dem rahmen weil das ein rh11 ist die ich erst in der morgen folge mit drin habe sonst wird diese folge hier viel zu langatmig aber guck mal wenn wir hier schon live drin sind dann nehmen wir das natürlich live mit gar keine frage er kommt ihr noch ganz gut rein giftet jetzt hat dann lief dabei ein gift hat er dabei gehabt aber muss sie jetzt auch schon seine seinen worten zünden weil er kriegt den drachen da nicht richtig weg und in der ganzen zeit hat jetzt der eine entfernung hier eigentlich alles weggebraten kann man nicht anders sagen und jetzt hat er auch nicht mehr ganz so viele truppen queen ist noch da aber stirbt jetzt gerade zu den stern geholt ich denke mal das rathaus wird aber noch bekommen auf diese base waren aber schon zwei sterne drauf mal gucken ob er jetzt hier noch ein bisschen weiter kommt wenigstens mit den prozenten als die anderen angreifer hat hinten ja noch eine die baller sind jetzt auch geschichte und der bowler jetzt auch in der riesen bombe der worden macht jetzt mal gucken ob der worden den schafft er schafft auch nicht mehr den inferno ja okay so bleibt das erst mal dabei ist auch die letzte base im 10er bereich die noch gemacht werden muss und ich denke mal ich werde den auch noch mal angehen ich habe noch mit denen mit meinen schaß hier komplett alle zweiten angriffe die werde ich gleich machen ich werde ein bisschen üben in den unteren bereichen werde hier oben also jetzt nicht irgendwo um biegen und verbrechen irgendwas rausholen sondern ich werde das einfach mal abchecken mit anderen mit anderen truppen wie ich die neuner hier noch packen kann und wir haben ja nebenher noch ein event ihr habt das sicherlich schon mitbekommen das raging wizard event man muss zehnmal hier gewinnen das ist auch ungewöhnlich sonst sind ja nur dreimal aber man kommt bekommt nach wie vor nur 300 ep aber man kommt 100 juwelen das natürlich schön 100 juwelen das ist im vergleich natürlich zu den kaufkisten hier was kosten hier gerade so 80 naja ist ein euro kann man so sagen so ein euro euro 20 oder so die uns super celda entgegen kommen lässt und kann man mal mit mir mache ich auch und ich würde sagen das war es an der stelle das waren jetzt eher neuen angriffe einen live angriff den rest sehen wir morgen in den folgen da gehe ich dann ausschließlich auf r10 und r11 ein denn wir haben hier in den letzten klaren kriegen immer einen einzigen top scorer finde ich das habe ich mir mal ein bisschen rausgeguckt und mal ein bisschen geschaut in die letzten kriege und den stelle ich euch auf jeden fall morgen mal ganz speziell vor und bis dahin würde ich sagen euer toto ja 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 Bis zum nächsten Mal.